Hallo, Dieter kocht heute Pfannkuchen. Ich habe mir schon mal die Zutaten hergestellt. Ich habe schon ein paar Erdbeeren, die zu den Pfannkuchen natürlich super lecker sind. Milch, Butter, Mehl, Puderzucker, Zucker, Eier, bisschen Sahne, bisschen Salz. In die Schüssel habe ich schon mal 200 Gramm Mehl Typ 405 reingepackt. Hier habe ich noch 30 Gramm Zucker, den werde ich auch reinschütten. Also erstmal die Trockenzutaten und damit man alle Geschmacksrichtungen hat, Prisesalz. So, das reicht schon. Also nur eine Prise. Das war schon an Trockenzutaten. Jetzt werde ich die Maschine schon leicht laufen lassen und jetzt kommt die ganze Milch rein. Also die ganzen 300 Milliliter Milch oder 300 Gramm Milch. Die werde ich dazu geben, komplett. Und lasse die Maschine weiterlaufen. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen laut. So, währenddessen die Maschine läuft, werde ich hier noch ein bisschen Butter. Also ich habe hier 60 Gramm Butter drin. Also jetzt nicht zu heiß machen, einfach nur, dass die flüssig ist. Weil die brauchen wir später noch für den Teig. In die Schüssel mit dem Teig gebe ich jetzt noch zwei Reier. Komplett. Man kann natürlich, damit es ein bisschen fluffiger wird, das Eigelb vom Eiweiß trennen, das Eiweiß dann aufschlagen. Aber das lohnt sich meines Erachtens nur, wenn man etwas dickere Pfannkuchen macht. Und ich mache heute dünne Pfannkuchen. Deswegen kann ich mir die Arbeit sparen. Also ich mache hier die zwei Reier rein. Komplett. Und dann kommt die wieder in der Maschine und wird weiter gemischt. Bis ich keine Klümpchen mehr habe. Also die Molke, das ist das Weiße, was da rumschwimmt in der Butter. Das andere ist das Butterschmalz. So kann man natürlich auch Geh machen. Also Butterschmalz machen, indem man die Molke jetzt einfach rauszieht. Mich stört das aber nicht, wenn die noch mit da drin ist. Das hat lecker Buttergeschmack. Und ich muss den Teig jetzt auch nicht so wahnsinnig erhitzen, dass ich da irgendwie Probleme bekommen könnte. Also lasse ich die drin. Aber ich muss sie noch ein bisschen abkühlen lassen. Die ist mir noch zu heiß. Weil hier sind ja Eier drin in dem Teig. Und die Eier würden mir gerinnen. Dann hätte ich der Rührei in der Pfannkuchen. Nein, das will ich ja auch nicht. Also warten wir ein bisschen. In der Zeit, wo ich darauf warte, dass die Butter ein bisschen abkühlt, kann ich aber schon mal die Erdbeeren von dem Grünen befreien. Ich schneide einfach das Grüne hier ab. Und das mache ich mit allen Erdbeeren. Außer vielleicht mit zwei, drei Stück zum Dekorieren. Aber ansonsten mache ich das mit allen. Gewaschen habe ich die Erdbeeren schon. So, das Grüne ist jetzt ab von den meisten. Und jetzt werde ich die noch in Scheiben schneiden. Also hier so Scheiben runter. Weil ich werde meine Pfannkuchen damit belegen. Jetzt ist meine Butter abgekühlt. Ich kann den Topf hier anfassen. Der ist schön kühlen. Und jetzt werde ich die komplett mit Molke zu meinem Teig geben. So, warum mache ich das überhaupt? Warum mache ich überhaupt Butter da rein? Ganz einfach. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme eine beschichtete Pfanne und muss noch Fett in die Pfanne geben, damit ich die Pfannkuchen anbraten kann, ohne dass sie mir anpacken. Oder ich gebe das Fett, was ich brauche zum Anbraten, sofort in meinen Teig. Jetzt habe ich das in meinen Teig und ich habe leckeren Buttergeschmack noch dazu. Finde ich perfekt. Und ich brauche bei einer beschichteten Pfanne kein Fett mehr. So, ich schlage das jetzt nochmal gut auf. Okay, das war's. Das war's für meinen Teig. Mein Teig ist fertig. Ich zeige mal eben die Konsistenz davon. Also ungefähr solche, so eine Konsistenz sollte haben. Also nicht zu dick und nicht zu dünn. Und wie man sieht, auf dem Boden ist nichts. Alles wunderbar. Dann werde ich die vordere Platte mal auf 6 machen. Mal vorheizen. So, die Platte hatte jetzt ein bisschen Zeit aufzuheizen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das alles so stimmt, dass der erst nie was wird. Ich meine, warum soll das nicht stimmen? Gucken wir mal. Ich lasse das jetzt hier reinlaufen. Jetzt muss ich gucken, dass ich in alle Ecken komme. Einfach so verlaufen lassen. Fett brauche ich ja kein, weil ich ja schon Butter im Teig habe. Wenn ich jetzt irgendwann sehe, dass er hier am Rand schon Farbe bekommt, dann werde ich versuchen, den zu drehen. Das wäre auch von alleine passiert. Ich hätte einfach nur noch ein klein bisschen Geduld haben müssen. Nun, dann werde ich den mal drehen. Ich drehe den mal um. Dann müsste fertig sein. Machen wir den nächsten. Aufwand hat auch direkt genug Hitze. Also eine Kelle. Nur so drehen. Dann läuft mir das alles schön rund. Wunderbar. Und jetzt einfach wieder warten. Wir sind ja unter uns. Kann ich das Risiko hier mal eingehen. Mal gucken, was passiert. Also wenn das nicht gekonnt war. Und wieder einer fertig. Das war jetzt der dritte. Das heißt, jeder bekommt schon mal einen. Das ist schon mal gut. Und wie viel kriege ich da raus? Auf jeden Fall mehr als einen. Ich mache jetzt einen etwas dünneren. Dann habe ich noch ein bisschen Teig für einen kleinen. Fünf werde ich nicht rauskriegen. Aber viereinhalb. Ich mache jetzt mal die Kamera aus. Dann kann ich schon mal die Sahne schlagen. Warte, das ist ja wieder laut. Dann werde ich mal einen zusammenbauen. Einen Pfannkuchen. Dazu nehme ich mir hier ein bisschen Sahne. So einen Löffel. Den verteile ich hier so ein bisschen. Und ein paar Erdbeeren. Die habe ich ja in Scheiben geschnitten. Die lege ich hier so drauf. Das sieht bestimmt schön aus. So. Und wir haben genug Erdbeeren. Da kann man ruhig noch ein paar drauflegen. Erdbeeren sind nur im Moment so teuer geworden. Mein Gott. Da kriegt man ja Schweinefilet für. Oh naja. Man könnte sich ja nur dann und wann was. So. Dann drehe ich die ein. So. Wunderbar. Und. Nehmen wir mal ein Messer. Dann schneide ich das mal so ein. Halbieren. Also halbieren. So. Das sieht doch schon herrlich aus. Ich bin halt nur kein. Ich bin wirklich kein Künstler. Von wegen schön anrichten. Ich versuche mir mal Mühe zu geben. Ja. Das klappt ja schon. Alles vorne und hinten nicht. So. Na ja. Das sieht schon toll aus. Lege ich hier noch eine Erdbeeren. Das mache ich mal weg. Ja. Entschuldigung. Ich bin halt alles. Das ist Pfefferminz. Ja. Die ist super. Lege ich ein bisschen oben drauf. Und. Über die. Na komm mach mal für das. Für das Video mach mal zwei. Erdbeeren. Und manchmal ein bisschen Puderzucker. Ah ja. Weil ich alles für das Video mache. So. Kann man das überhaupt sehen? Ja. Ein bisschen Schnee. Ach das sieht doch schon fantastisch aus. Also für meine Verhältnisse ist das mal hier mega. Mega. Gut. Nun zeige ich euch das mal. Ach jetzt rollen sie mir auch noch weg. Und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Und tschüss.